Manchmal frage ich mich selber, weshalb mache ich das Ganze? So früh am Morgen aufzustehen, um dann als einer der ersten Piloten in 1000 Metern über dem Flugplatz auszuklingen. Am Morgen hat man sich noch eine Aufgabe gestellt, die für das Wetter sehr ambitioniert ist, fast nicht zu schaffen. Aber man hat den ganzen Flug die Hoffnung, dass es doch am Ende irgendwie aufgeht. Und wenn man es dann geschafft hat, noch vor Thermikende die Endanflughöhe zu haben, um dann bei tiefstehender Sonne die tolle Landschaft zu genießen. Dann weiß man, wieso man das Ganze gemacht hat. Servus zusammen! Diesmal ist das Ganze auf Deutsch, weil es um die Deutsche Meisterschaft im Streckensegelflug geht. Kurz und knapp, was ist die DMST? DMST ist ein dezentraler Wettbewerb in Deutschland, wo die Piloten Flugwege hochladen können ins Internet. Und am Ende vom Jahr oder von der Saison gibt es eine Rangliste. Es gibt dann deutsche Meister in unterschiedlichen Klassen. Es gibt die bei den Senioren, bei den Junioren und auch bei den Frauen. Es ist eine sehr, sehr coole Geschichte, vor allem auch in so Jahren, wo Corona ist, wo man vielleicht weniger zentrale Wettbewerbe fliegen kann oder nicht fliegen möchte. Und vor allem als Junior hat mir das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich bin fünffacher deutscher Juniorenmeister in dieser DMST. Und für mich war das ein irrer Anreiz. Ich habe wahnsinnig viel dadurch gelernt, auch für die zentralen Wettbewerbe, weil man sich selber eine Flugaufgabe stellt am Morgen und die dann auch abfliegt. Das heißt, es ist eigentlich eine große Aufgabe und das ist halt sehr gut zu vergleichen. Ein sehr gutes Training für zentrale Wettbewerbe auch, wo man eine Aufgabe gestellt bekommt, die man dann fliegt. Die DMST, die lebt von einem Bonusprogramm, würde ich mal so sagen. Das heißt, man muss bestimmte Sachen beachten, dass man da weit vorne mit dabei ist. Das erste ist die Aufgabenanmeldung. Das heißt, da bekommt man 30% Bonus, wenn man vor dem Flug eine Aufgabe in den Logger eingegeben hat oder auch eine Online-Anmeldung. Das ist jetzt was ganz Neues. Darauf werde ich dann noch später genauer eingehen. Da bekommt man dann 30% Bonus. 30% ist schon irre viel. Wenn ich einen 1000 Kilometer Flug mache, müsste ich, um diese 30% reinzuholen, müsste ich schon 1300 Kilometer fliegen. Was eigentlich fast unmöglich ist in Deutschland mit einem, sagen wir mal, 18 Meter Flugzeug. Dann die zweite Sache, die wahrscheinlich auch schon so mehr oder weniger bekannt ist. Es gibt für ein FAI-Dreieck, für ein einigermaßen gleichschenkliges Dreieck, gibt es auch 40% Bonus. Also man kann sich 70% Bonus abgreifen, wenn man ein angemeldetes gleichschenkliges Dreieck fliegt. Da kommt man nicht hin, wenn man halt einfach nur frei planlos durch die Gegend fliegt. Es gibt dann auch noch das DMST-Vieieck, das sind irgendwie zwei, drei Ecke zusammen gemacht. Da gibt es dann auch noch diese 40% Bonus. Das gab es auch schon in den letzten Jahren, wird nicht so oft genutzt. Macht manchmal Sinn, vor allem wenn die Lufträume im Weg sind und so weiter. Dann ganz neu ist, das ist auch für den Zielrückkehrflug. Zum Beispiel, wenn man jetzt von einem Flugplatz startet, hat man nur einen Wendepunkt und dann fliegt man wieder zurück. Dafür kann man jetzt auch 30% Bonus bekommen. Das finde ich eine geniale Sache, weil Zielrückkehrfliegen ist nicht einfach. Man geht ein großes Risiko ein, dass man irgendwo nicht mehr heimkommt, dass man irgendwo ziemlich weit entfernt außen landet und so weiter. Man kommt halt wirklich weit weg von dem Ausgangsflugplatz. Es ist toll, will ich dies ja auf jeden Fall mal machen. Und dann gibt es auch noch eine ganz interessante Geschichte. Man kann auch ein Dreieck fliegen und man kann dieses Dreieck bis zu dreimal umrunden. Dann bekommt man auch noch 20% Bonus. Also ein bisschen weniger Bonus, weil man halt auch in einem kleinen Wetterraum ist. Und das ganze Risiko jetzt weiter entfernt außen zu landen, das gibt es halt dann eher weniger. Aber es ist interessant, vor allem für Wetter, wo es dann vielleicht ein bisschen kleinräumig gut ist oder wo man sich halt wirklich nicht so weit weg trauen möchte. Aber auch vielleicht für die junge Generation, die sich ins Streckenfliegen rantasten möchte, für die ist es sicher super, super interessant. Ja, das war das Bonusprogramm. Jetzt kommen wir mal kurz zu der neuen Plattform, auf dem diese DMST ausgewertet wird. Also früher war das Ganze auf dem OLC, auf dem Online-Contest. Jetzt hat der Deutsche Aero Club entschieden, dass sie sich eine neue Plattform suchen. Da gibt es eine ganz neue, die heißt WeGlide und darauf wird jetzt diese Auswertung stattfinden, ab dieser Saison. WeGlide hat ein paar sehr coole neue Features. Es ist komplett anders aufgemacht. Es gibt schöne Karten, große Karten. Man kann wirklich super viel lernen, auch von anderen Flügen. Man kann Flüge filtern und was ich super genial finde, jetzt speziell für die DMST, ist, dass es einen Online-Aufgabenplaner gibt, wo man dann auch sehen kann, ob das jetzt ein FAI-Dreieck ist, ob das jetzt ein DMST-Viereck ist oder Zielrückkehr und so weiter. Und man kann dann diese Aufgabe direkt online deklarieren. Das heißt, wenn ich dann am nächsten Tag den Flug hochlade von mir, dann wird diese Deklaration über diesen Flug gelegt und dann bekomme ich meinen Bonus, 30% Bonus für diese Anmeldung, wenn ich die Aufgabe geschafft habe. Und das vereinfacht so viel, weil es vor allem bei alten Loggern und so weiter echt manchmal schwierig ist, auch bei älteren Flammgeräten oder so, eine Aufgabe zu deklarieren. Da braucht man dann eine serielle Schnittstelle, man braucht vielleicht einen alten Computer und muss sich da auskennen. Es braucht einfach immer echt viel Zeit, sich da mal reinzuarbeiten und dann am Morgen, wenn man eh keine Zeit hat, diese Aufgabe eigentlich noch zu planen und so, dann nochmal irgendwo ein paar Minuten her zu schenken, um diese Aufgabe in diesen Logger reinzubekommen. Persönlich, das nervt wirklich wahnsinnig und ich kann mir vorstellen, dass das schon ein großer Hinderungsgrund ist, weshalb immer weniger Leute DMST fliegen oder relativ wenig Leute DMST fliegen und da auch nicht so motiviert sind, diese Aufgabe anzumelden. Es gibt unterschiedliche Wertungsklassen, es gibt die Klubklasse, die Standardklasse, 15 Meter Klasse, 18 Meter Klasse, offene Klasse und Doppelsitzer. Also es gibt sechs unterschiedliche Klassen. Früher war das auch noch so, dass, ich glaube, die Frauen hatten auch relativ viele unterschiedliche Klassen. Bei den Junioren gab es die Klub- und die Standardklasse und da hat man jetzt entschieden, dass man das Ganze ein bisschen vereinfacht. Also bei den Senioren gibt es diese ganzen Klassen noch oder in der allgemeinen Wertung gibt es diese Klassen noch, aber jetzt bei den Junioren macht man vorwiegend eine Rangliste. Das heißt, die Junioren können mit allen Fliegern fliegen und jedes Flugzeug hat natürlich einen unterschiedlichen Index. Damit gibt es eine Rangliste, es gibt einen deutschen Meister bei den Junioren. Genau das Gleiche ist jetzt auch bei den Frauen. Es gibt eine deutsche Meisterin und eine große Rangliste. Ich glaube, das ist sehr cool, weil da ein bisschen mehr noch Ansporn ist, gut zu sein und man sich jetzt nicht auf zig unterschiedliche deutsche Meister konzentrieren muss. Was ganz neu ist, ist, dass die DMST jetzt auch eine Geschwindigkeitswertung hat. Sonst, die DMST war immer dazu da, einen möglichst großen, flächigen Streckenflug zu machen, den Tag möglichst lang auszunutzen. Natürlich, um dann ganz, ganz oben dabei zu sein, muss die Schnittgeschwindigkeit stimmen. Wenn ich einen 50er Schnitt fliege, dann schaffe ich in 10 Stunden halt 500 Kilometer. Wenn ich einen 100er Schnitt fliege, schaffe ich halt 1000 Kilometer in 10 Stunden. Aber ja, diese Geschwindigkeit, die war nie so ein richtiges Thema. Jetzt gibt es da eine neue Geschwindigkeitswertung, bei der das ein bisschen vom OLC aufgegriffen wurde, aber verändert wurde. Man sagt jetzt, also zweieinhalb Stunden ist vielleicht schon ein bisschen lang. Man hat das Ganze jetzt auf zwei Stunden Geschwindigkeitswertung gekürzt. Dort wird der Index aber nur zu 75 Prozent integriert. Also der Index von dem Flugzeug, der wird irgendwo ein bisschen in der Wertigkeit herabgesenkt. Dadurch will man es schaffen, dass es alles irgendwo noch ein bisschen fairer wird. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie fair und so weiter das ist. Und ich weiß nur, dass es bei der Bundesliga schon so die ein oder anderen Flugzeuge gab, die sinnvoll waren, bei gutem Wetter dann schnell zu fliegen, mit hoher Flächenbelastung und so weiter. Keine Ahnung, wir werden sehen, wie das dann im realen Betrieb abläuft, wie gut es funktioniert. Aber eine coole Sache, dass es eben da auch eine Geschwindigkeitswertung gibt, weil auch im zentralen Wettbewerb ist es schon das Wichtigste, dass man am schnellsten auch noch ist. Also klar, große Strecken fliegen zu können, ist gut, aber eigentlich geht es immer irgendwo darum, dass man möglichst effizient, möglichst zügig da mit der Energie, die man halt zur Verfügung hat, klarkommt und die schnellste Route fliegt. Ja, und dann gibt es noch was ganz cooles Neues, eine Vereinswertung. Vereinswertung ist so ein bisschen was, so in der Richtung Bundesliga. Es gibt Wochenenden, an denen es diese Vereinswertung gibt. Da zählen die drei besten Geschwindigkeiten rein, also die DMST-Geschwindigkeitswertung von den drei besten Piloten zählt da rein. Aber zu zehn Prozent der Punkte zählt auch noch der beste DMST-Flug mit rein, was ich sehr, sehr cool finde, weil für mich war es immer schwierig, an guten Tagen sich darauf zu konzentrieren, möglichst nur irgendwo zweieinhalb Stunden in einem super guten Gebiet zu sein, dort eventuell noch ein bisschen Jojo zu fliegen. Und ja, also für mich ist das nicht das Erfüllende von einem richtigen Streckenflug. Ich möchte möglichst viel unterschiedliche Landschaft sehen. Ich möchte natürlich trotzdem schnell vorwärts kommen, aber jetzt nicht irgendwo fünfmal hin und her das Gleiche fliegen. Ja, das heißt, es zählen eigentlich dann vier Flüge mit rein, wobei dieser vierte Flug, der kann natürlich auch eine Geschwindigkeitswertung abliefern und die Distanz, die DMST-Punkte. Mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Eventuell gibt es dann nächstes Jahr auch irgendwelche Ligen. Müssen wir mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Es gibt da Konzepte. Am besten lest ihr das online nach. Ich verlinke euch mal einen guten Artikel dazu. Das ist es auch schon mit der neuen DMST, DMST 2.0. Ich glaube, es bringt wirklich neuen Schwung rein. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Ich kann nur von mir selber reden. Das ist das emotionalste Segelfliegen für mich, diese großen angemeldeten Aufgaben, großen Dreiecke zu fliegen. In der Nacht vor so einem Flug kann ich immer wahnsinnig schlecht schlafen. Und ich bin super aufgeregt. Es ist einfach toll. Diese große Herausforderung, sich selber zu stellen, ist dann selber geschafft zu haben. Und ja, mir macht es wahnsinnig Spaß. Ich hoffe, euch auch. Und ihr fliegt dieses Jahr auch DMST. Vor allem in so einem Corona-Jahr ist es natürlich cool, dass man sich doch irgendwo wettbewerbsmäßig vergleichen kann. Auch wenn man sich vielleicht auf zentralen Wettbewerben eben wegen der aktuellen Lage nicht so sehen kann. Nicht vergessen, abonniert den Kanal. Es ist kostenlos. Es hilft mir sehr. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Servus. Ciao. 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 Ciao.